Grüß euch! Ich stehe heute in der Josef-Huber-Gasse. In einer Straße, in der die Menschen, die hier leben, ganz besonders belastet sind vom Lärm und die schlechte Luft durch den Verkehr. Die letzten Wochen haben uns eines gezeigt. Weniger Verkehr ist einfach bessere Lebensqualität für alle. Was plant die Grazer Schwarz-Blaue Koalition ohne Widerstand der Verkehrsstadträtin? Eine Stadtautobahn aus dem neuen Viertel im Rheininghaus mit einer Unterführung durch den Bahnhofsgürtel bis hier zum Kriesplatz. Das ist keine zukunftsträchtige Verkehrspolitik. Wir brauchen mehr Platz für alle Menschen. Für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrerinnen und vor allem für grüne Meilen und Nebenbezirken, damit alle hier gut leben können.